Gerechtsame, auch Gerechtigkeit, ist das bis in das 19. Jahrhundert gebräuchlich gewesene Wort für das Recht oder Vorrecht, die Gerechtigkeit. Mit der man etwas tat, besaß oder nutzte, nach Adelung ist die Gerechtsame, die in einem Rechte oder Gesetze gegründete Befugnis. Arten der Gerechtsame Das Wort tauchte meist in Wortfügungen auf. Eine Stadt konnte eine bestimmte Gerechtsame einrichten, etwa eine Buchhandelsgerechtsame, die dem Inhaber der Gerechtsamen den Betrieb einer Druckerpresse und den Verkauf von Büchern gestattet. Weiter gab es zum Beispiel Braugerechtigkeit, Brotgerechtigkeit, Fährgerechtsame, Fleischbankgerechtigkeit, Holzgerechtsame, Müllgerechtigkeit, Postgerechtsame, Salzgerechtsame, Schankgerechtigkeit, auch Krugrecht, Schmiedegerechtigkeit, Taferngerechtigkeit, Waagegerechtigkeit, Wassergerechtigkeit, Wegegerechtigkeit. Auf dieser Mühle lagen die Gerechtsame des Bier- und Brandweinschankes, des Tanzhaltens sowie des Schwarz- und Weißbackens. So die typischen Formulierungen, die in der Regel mit Erlaubniskonzession oder Lizenz zu übersetzen sind. Die Gerechtsame konnte sich auch auf das Nutzungsrecht an einem Grundstück beziehen. Gerechtsame waren wie Grundstückseigentums- und andere Nutzungsrechte vererbbar. Viele Gerechtsame standen in Zusammenhang mit den Regalien, den königlichen Rechten, und wurden von den Herrschern bzw. ihren Lehnsmännern oder den Bischöfen verliehen, dafür hoben diese dann den Zehnt oder eine Pacht ein. Gerechtsame konnten auch gegen Zins weiterverliehen werden. Die Gerechtsame der väterlichen Gewalt lautete der deutsche Begriff für das IUS-Patriapote-Staates. Der Betrieb eines Bergwerkes erforderte eine diesbezügliche Berechtsame. Sie umschloss sie zu einem Bergwerk gehörenden Nutzungsrechte an einem Grubenfeld. Der heute in Deutschland gültige Begriff ist Bergwerkseigentum, siehe Bundesberggesetz.